Der Sixteen Personalities, das für Unternehmer. Kann man damit wirklich richtig gute Mitarbeiter finden und die Stellen richtig besetzen? Oder ist das alles unwissenschaftlicher Nonsens? Das wollen wir uns hier mal anschauen. Also interessanterweise ist es so, wenn man ein bisschen einfach mal recherchiert, Sixteen Personalities, ist das wissenschaftlich? Dann kriegt man unfassbar viele Studien und Zitate und irgendwelche schlauen Leute und Doktoren, die sagen, das ist alles ausgedachter Käse. So, das ist einfach unwissenschaftlich. Dieser Test hat ganz viele Probleme und man sollte ihn auf gar keinen Fall verwenden. Das, was wirklich wissenschaftlich ist und praxiserprobt, das ist das Ocean-Modell. Also das könnte man verwenden, aber Sixteen Personalities auf keinen Fall. Und damit könnte man ja sagen, alles klar, Case closed, dann brauche ich mich nicht damit beschäftigen. Das Interessante daran ist, selbst wenn die Theorie hinter diesen Sixteen Personalities irgendwie ausgedacht ist und ziemlicher Quatsch, hat es trotzdem einen extremen Nutzen in der Praxis. Und genau das ist ja für Unternehmer wichtig, dass man schaut, kann ich damit wirklich bessere Entscheidungen treffen, die praxistauglich sind. Und der Hintergrund dazu ist folgender. Also, wenn man sich mal anschaut, also wenn man sich einfach mal Menschen anschaut, dann stellt man fest, naja, wir sind alle irgendwie verschieden. Aber manche Leute sind sich halt doch irgendwie ähnlich. Und jetzt kann man sagen, naja, ich teile Menschen in bestimmte Kategorien an ähnlichen Typen ein. Da gibt es verschiedene Modelle. Ein sehr bekanntes Modell, das ist das Disk-Modell, dieses Vier-Farben-Modell, das man zum Beispiel sagt. Ja, es gibt rote Typen, die sind eher dominant und durchsetzungsblech und auch so zahlenorientiert. Dann gibt es die blauen Typen, die sind auch zahlenorientiert, aber das sind eher so diese Denker, die sich in einem stillen Kämmerlein setzen. Es gibt gelbe Typen, die brauchen ganz viel Spaß und Freude und Abwechslung. Es gibt grüne Typen, die gucken viel auf andere. Und wenn man einfach so mal mit dieser Disk-Brille, mit diesen Vier-Farben auf die Welt schaut, dann stellt man fest, so ja, ist schon eigentlich ganz nützlich. Also es gibt tatsächlich diese Unterschiede und Menschen verhalten sich häufig einfach gleich und entsprechen einem dieser Typen. Jetzt kann man sich im nächsten Schritt überlegen, naja, wenn ich jetzt alle Menschen nur in vier Kategorien einteile, dann verliere ich ganz schön viele Nuancen dabei. Weil nicht jeder ist ja 100% rot oder 100% gelb, sondern es gibt ja irgendwie so auch Zwischenstufen. Das heißt, eine feinere Auflösung wäre praktisch. Und genau so eine feinere Auflösung, das ist 16 Personalities oder der MBTI, Myobricks Type Indicator. Was man hier macht ist, dass man Menschen nicht nur in vier Kategorien einteilt, sondern in 16 Kategorien. 16 ist deshalb eine relativ interessante Zahl, weil man das halt so gerade noch so in etwa im Kopf behalten kann. Also, dass es einfach 16 unterschiedliche Typen gibt. Aber weil es auf der anderen Seite auch fein genug aufgelöst ist, dass man wirklich so die Charakterzüge von diesen einzelnen Persönlichkeitstypen sieht. Und das Ganze hat eine extrem hohe Praxisrelevanz, weil diese Kategorien, wie Leute sind, also in welche Buckets einmal, also in welche Kategorien sie passen, die ist empirisch. Die kann man ja einfach beobachten. Was man, und das ist komplett unabhängig von der Theorie, die sich irgendwie mal ausgedacht hat mit diesen Buchstaben, was das jetzt bedeutet. Wie man Sensing ist oder Judging oder Perceiving so. Das kann man alles außen vor lassen. Es geht eigentlich nur darum, sind die Kategorien stabil. Und wenn du möchtest, kannst du einfach mal einen ganz einfachen Praxistest für dich selbst machen. Wenn du dich ein bisschen länger mit diesem 16 Personalities Test beschäftigst, dann kannst du Leute sehr einfach einschätzen. Ohne, dass du jetzt groß mit ihnen interagieren musst, kannst du sagen, oh, diese Art von Mensch, das ist zum Beispiel ein Verteidiger oder das ist ein Exekutiver. Dazu gibt es ein fantastisches Selbstexperiment, das jeder mal für sich ausprobieren kann. Und zwar die Serie Game of Thrones. Da lernt man sehr viele unterschiedliche Charaktere sehr gut kennen. Und es gibt eine Database, also Personality Database, in der man einfach nachschauen kann, welche dieser Charaktere ist eigentlich welcher Persönlichkeitstyp. Und zusammen mit meiner Freundin habe ich die Serie durchgeschaut und wir haben uns da einfach so ein Spiel daraus gemacht, dass wir uns überlegt haben, okay, dieser Charakter, den wir hier haben, welcher dieser Persönlichkeitstypen könnte es denn sein? Und wir hatten da eine extrem hohe Trefferquote. Also die war bei weit über 80 Prozent, konnten wir Leute so einschätzen, wie sie auch von anderen eingeschätzt wurden. Und 80 Prozent, ich meine es war mehr, aber ich kann mich nicht mehr genau erinnern, das zeigt ja schon, dass es nicht zufällig sein kann. Man kann nicht einfach zufällig 100 Leute einschätzen mit einer Trefferquote von 80 Prozent, insbesondere wenn ja die Chance 1 zu 16 ist, dass man richtig liegt und 15 zu 16, dass man falsch liegt, wenn das wirklich nur rein zufallsverteilt wäre. Also insofern sieht man schon, diese Kategorien in der Praxis, die sind tatsächlich sehr, sehr nützlich. So, das heißt, der 16-Personalities-Test in der Praxis hat wirklich einen hohen Anwendungsbezug. Wenn man danach Stellen besetzt, dann ist es wirklich nützlich. Also man kann damit einfach wirklich bessere Entscheidungen treffen, wer zu welcher Rolle passt. Also wenn wir jetzt mal ein Fazit ziehen, so, ja, mag sein, dass die Theorie hinter diesem Meyer-Brooks-Type-Indicator, hinter 16-Personalities, dass das unwissenschaftlicher Quatsch ist. Aber nichtsdestotrotz hat es eine hohe Praxisrelevanz und man kann es wirklich sehr, sehr gut in seinem unternehmerischen Alltag einsetzen, um Stellen richtig zu besetzen. In der Praxis kann man natürlich sehr, sehr viele Fehler damit machen und meinen tollsten Fehler zu genau diesem Thema, dazu habe ich auch ein Video gemacht und das kannst du dir gerne hier anschauen, damit du diesen Fehler nicht selbst machen musst. Bis zum nächsten Mal.